Was ist die Geschichte von Heiko? Was ist die Geschichte von Heiko? Was ist die Geschichte von Heiko? Und heute besteht die besondere Herausforderung darin, ein familienfreundliches, alltagstaugliches und langlebiges Fahrzeug sehr komfortabel zu bestücken. Wenn der Familienvater dann aber alleine Natur unternimmt, dann muss es auch noch den sportlichen Ansprüchen genügen. Die Firma Heiko stellt natürlich eine bestimmte Herausforderung für uns dar, weil durch die frontgetriebenen Fahrzeuge die Umsetzung der Kraft über die Vorderachse eben erfolgt und das wiederum aufgrund des hohen Drehmoments auch einen besonders guten Reifen erfordert, der dieses Drehmoment eben auch in Vortrieb dann umsetzt, möglichst ohne Leistungsverlust. Wir werden häufig gefragt, warum Volvo? Was kann man an einem Volvo überhaupt machen? Und man muss die Marke schon sehr genau verstehen, um auf der einen Seite den Möglichkeiten, den Wünschen der Kunden entgegenzukommen, Performance-Produkte, technische Produkte, Design-Produkte zu entwickeln, die der Sprache der Marke Volvo entsprechen. Auf der anderen Seite aber auch den sportiven Herausforderungen, die der Kunde hat und auch unsere Vorstellungen umzusetzen. Und da hilft uns eben dieses extreme Verständnis der Volvo-DNA. Die erste Vision, die ein Grafiker, ein Zeichner gehabt hat, ein Entwickler, wenn er ein neues Modell rangeht bei dem Hersteller, dann gibt es eine ganze Menge Kompromisse, die im Bereich der Produktentwicklung, der Vermarktung greifen. Die wischen wir beiseite, gehen auf die Essenz des Entwurfs wieder zurück, holen den nach vorne und schärfen ihn mit sehr viel Liebe zum Detail und mit einer Komplexität, die in sich dann auch sehr stimmig ist. Heiko Sportiv-Produkte zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität aus. Wir haben als Einziger am Markt im Prinzip 60 Monate Garantie ab Erstzulassung. Alles natürlich TÜV-geprüft durch unsere enge Kooperation mit Volvo als offiziell gelisteter Partner von Volvo Car Germany sind wir natürlich gefordert, eine maximale Passgenauigkeit zu bieten. Wir bei Heiko Sportiv nutzen an unseren Volvo Fahrzeugen überwiegend den Conti Sportkontakt 5P, weil er einfach die beste Kombination ist für die Konfiguration Frontantrieb. Der ist bei Nässe sehr gut, hat Stärken bei Trockner Fahrbahn, von der Brems-Performance ist er auch supergut. Die Kooperation mit Continental ist eine für uns sehr wichtige, sehr besondere Kooperation, weil es unser erster Partner war. Heiko gibt es seit 1997 aktiv im Bereich der Performance-Produkte und Continental ist seit diesem Tag Null einer der Geburtshelfer, kann man fast sagen, gewesen. Seitdem gibt es eine sehr vertrauensvolle, sehr intensive Zusammenarbeit und für uns ist die Marke Continental von daher besonders wichtig, weil sie uns versteht. Künstler Lituan Künstler Garden Untertitelung des ZDF, 2020